Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde da draußen. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen YouTube-Klassiker-Video heute. Und es sind auf jeden Fall ultra lustige Sachen, dabei kann ich euch jetzt schon sagen. Und falls euch vielleicht auffällt, dass ich noch ein bisschen Glitzer im Gesicht habe oder vielleicht ein bisschen Lattex-Milch im Haar, dann liegt das an meinem Video vom Freireiter. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Björn Lauterbach möchte gerne von mir wissen, how to prank. Und weil ich ja der absolute Prank-Gott bin und es bei mir immer glatt läuft, zeige ich euch jetzt ein paar Beispiele. Buh! World Premiers TV möchte die how to extrem lustige Candy-Challenge von mir sehen. Ja, meine Freunde, ich hatte ja schon mal eine Candy-Challenge abgedreht. Allerdings war das die Asia-Candy-Challenge und wir haben ja jetzt hier die ultra super extrem lustige Candy-Challenge. Deswegen starten wir jetzt auch mal gleich mit der ersten Sache. Sauer macht lustig, meine Freunde. Haha! Deswegen möchte ich jetzt einfach mal probieren und gucken, ob sie schmecken. Apfelringe. Ich habe schon mal bessere gegessen. Okay. Lecker! Grünohrhasen. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Aber es ist ja nicht nur ein Grünohrhase. Es ist auch rot. Da muss ich noch einen zweiten nehmen. Ich kann jetzt nichts zu sagen. Ähm, ist okay. Das Leben wäre natürlich nicht lustig, wenn man keine Schokolade hätte. Und besonders lustig sind ja Kekse. Also man sagt ja auch, hey, du lustiger Keks. Und deswegen habe ich eine Schokolade mit Keks. Oh, so groß. Das ist doch ein schöner Geschmack. Diese Verbindung mit Schokolade und Keks. Ich kann mich nicht beklagen, ne? Lustig ist ja auch die Biene Maya, genau. Und mit Blütenhonig. Honig ist ja süß und auch lustig, ne? Deswegen, hm, hm, hm. Oh, war noch hart. Schmeckt komisch. Es geht jetzt weiter. Wir sind hier bei der extrem lustigen Candy Challenge. Stink, gibt es auch Lachgummis. Weil es ist ja lustig. Und, ähm, die wollen wir jetzt mal probieren. Ist ja lustig, oder? Hm, ja. Es ist so lustig, diese Candy Challenge. Aber ich möchte mal weiter probieren. Cola Fläschchen. Cola ist eigentlich ungesund. Ist schon hart. Hertha. Hm, wie eine Flasche. Cola ohne Kohlensäure schmeckt ja bekanntlich nicht. Deswegen, ähm, das war's. Ha, 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 ha. Annika Mommertz wünscht sich den, der, die das, oder how to come to the room by the chimney. Taddaa, ha, ha, das war's. Susanne Loves Beauty wünscht sich den, how to, verfolgt deinen Schwarm unauffällig. Hö, hö, was war das? Hallo? Hallo. Sven Bonfilio hat einen sehr außergewöhnlichen Wund, weil er möchte gerne, dass ich mein Haustier filme und es dabei mit dramatischer Musik unterlege. lege. EM, Leerzeichen, MY, möchte gerne von mir wissen, wie man in seinem Schlafzimmer campen kann. How to camping in your Schlafzimmer, ne? Klein hier. Das war's. Zeynep Aslan brennt eines auf der Seele und zwar möchte sie gerne den How to Jana sehen. Schokolade. Schokolde. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's dann auch schon. Geile Nummer. Schoki mit Keks. Der Sinn des Lebens ist Leben. Geile Nummer. Du Lümmel. Schoki mit Keks. Das war's. Also ich bin zufrieden. Schoki for the win. Schokolade. 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 Dann bin ich einfach der Spielgott. Hä? Nugatschokolade. Das war's. Hashtag healthy. Schokolade. Lebe dein Leben in deinem Tempo. So wie du es für richtig hältst und so wie du es möchtest. Schokolade. Alltime favorite. Hä? Das war's. Haha. Denn solange du an dich glaubst, wirst du es früher oder später schaffen. Das Leben ist kein Bettrennen. Also lauf so schnell du möchtest. Ja meine lieben Freunde, das war's auch noch mal mit dem Video. Vergesst mich nicht zu abonnieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Daumen nach oben auf jeden Fall da lassen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr im nächsten YouTube-Klassiker sehen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also tschüssi. Tschüss. Tschüss meine Freunde. Tschüss meine Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Freunde, tschüss. Freunde. Tschüss. Labi-Zona möchte von mir als Schokolade-Experte wissen, wie ich denn meine Schokolade verschwinden lasse. Und du verschwindst Schokolade oder so. Jetzt ein Stück Schoki. Das ist irgendwie komisch.